Wir haben trotzdem immer noch eine schlagkräftige Truppe auf dem Platz, würde ich behaupten. Und dann 19 zum Vorbericht zum Spiel gegen Werder Bremen am Ostersonntag 15.30 Uhr. Diesmal kann ich schon ankündigen, wird es leider keinen Stream geben, weil ich über die Osterfeiertage bei der Family zu Hause bin. Man sieht es mit Kollegen, guckt und so weiter und so fort. Also diesmal wird es keinen geben. Tatsächlich dann Bremen das einzige Spiel, weil wir hatten im Hinspiel diesen Copyright-Spaß da. Das einzige Spiel, das diese Saison überhaupt gar keinen Livestream online hat, auch irgendwie ein bisschen komisch. Bremen, ja, großer Traditionsverein, 100 Prozent, auch ähnlich wie wir oder HSV oder wer auch immer. Läuft seit Jahren seinen Erwartungen hinterher oder auch so ein bisschen seine Vergangenheit hinterher. 2009, 2010 wurden sie Dritter und seither war es maximal Platz 8. Ich glaube, sie haben zweimal Platz 8 geholt seither und das war das höchste der Gefühle seither. Letzte Saison durch 0-0 in Bremen und ein 2-2 in Heidenheim. Sie haben gerade noch so irgendwie die Relegation gerettet. Die haben es quasi ähnlich gemacht wie wir, nur dass wir halt abgestiegen sind und uns dadurch nicht drin gehalten haben. Ja, diese Saison war bisher recht entspannt für die Bremen, würde ich sagen. Aktuell gut im Mittelfeld dabei. Trotzdem näher an den unteren Tabellenplätzen, jetzt anders als an Europa oder sowas. Dafür sind sie ja im Pokal noch dabei. Natürlich ja auch nochmal gerne den Vorbericht geben, den ich mit dem guten Real Niko aufgenommen habe. Also bei mir auf dem Kanal und bei ihm auf dem Kanal. Im Sommer transfertechnisch nicht viel passiert bei den Bremen. Trotzdem haben sie vier Plätze gut gemacht, stand jetzt im Vergleich zu 19, 20. Also von dem her kann man, glaube ich, recht zufrieden sein als Bremen-Fan aktuell. Nächstes Spiel sind dann wir. Dann kommt der Pokal gegen Regensburg. Dann kommt Leipzig. Im April generell sehr viele Spiele, weil sie, wenn sie im Pokal weiterkommen, auch das Spiel haben gegen Leipzig im Pokal im Halbfinale. Und generell hatten wir, haben wir auch schon vom Hinspiel gehabt, die Situation. Dann quasi, ja, gleiches Programm, gleiche Punktzahl. Für wen geht es jetzt, in welche Richtung weiter? Und wir hatten wirklich jetzt auch ein ähnliches Restprogramm. Heißt, wir hatten auch bisher ein ähnliches Programm wie Bremen. Bei uns jetzt dann, wie gesagt, Bremen kommt. Danach kommt Dortmund zu Hause. Zwei Heimspiele in Folge. Und dann kommt Union auswärts. Kommen wir zu den letzten direkten Duellen. Das letzte Spiel direkt war natürlich das 2-2-1 in Bremen. Denn, was wir gewinnen konnten, der Auswärtssieg mit der Silas-Kontroverse am Ende. Die wirst du ja ganz sicher nicht haben. Ja, leider wegen der langen Verletzung von Silas. So eine Szene müssen wir nicht nochmal haben, außer irgendein anderer VfBler übernimmt den Job. Man hat generell so ein bisschen das Gefühl, dass man, oder ich zumindest, habe das Gefühl, dass man gegen Bremen zu Hause eigentlich normalerweise recht safe läuft. Und da zumindest mal nicht verliert. Und auch recht häufig da den Sieg mitnimmt. Wir hatten zuletzt 2-13 zu Hause gegen Bremen verloren. Davor 2-9. Und generell in den letzten 15 Heimspielen haben wir gegen Bremen 3-mal verloren, 8-mal gewonnen und 4-mal unschied. Also da steht die Statistik. Ja, liest sich ganz gut für uns schon mal. Kommen wir zur Tabellensituation, wo wir natürlich ein bisschen besser dastehen. Wir sind 9.36 Punkte aus 26 Spielen geholt. Die Bremer treibt jetzt hinter uns auf Platz 12. 6 Punkte weniger als wir. Sie haben 30 Punkte geholt aus 26 Spielen. Die Bremer haben 7 Punkte Abstand auf dem Relegationsplatz. Wir haben da 13 Punkte Abstand. Logisch, schnell die 6-Punkte-Unterschied. Und jetzt auch hier nochmal 8 Punkte hat Bremen auf den 7. Platz. Eben diese Conference League. Und wir da ganz, ganz knapp dran mit 2 Punkten auf Platz 7. Auf Union Berlin müsste es aktuell sein. Bei Bremen internationales Geschäft trotzdem noch möglich. Im Pokal wird es natürlich aber sehr, sehr schwierig. Jetzt kommt erstmal Regensburg. Das werden sie, glaube ich, packen. Aber danach würde halt Leipzig kommen. Halbfinale dann im Finale. Vermutlich aus Kiel und Dortmund. Tippe ich mal auf Dortmund. Außer es kommt eine dicke Überraschung. Dann hätten sie auch noch Dortmund im Finale. Also es wird ein sehr, sehr harter Weg. Aber der Weg ist noch da, falls die Bremer wirklich internationales Geschäft haben wollen. Die Bremer sind 9. in der Auswärtstabelle. Wir mittlerweile 11. in der Heimtabelle. Haben uns ein bisschen hochgearbeitet. Ist da also ein bisschen ähnlich so. 9. auswärts, 11. heim. Gleich sich fast ein bisschen aus. In der Heimtabelle waren wir lang im Abstiegskampf quasi. Wir sind 10. in der Rückrundentabelle. Die Bremer sind 13. Und wie gesagt, bei vergleichbaren Spielen haben wir ein paar Pünktchen Merkohol. Ich glaube, 4, 5 Punkte Merkohol. Da ist die Bremer bisher in der Rückrunde. Also auch da haben wir die Vorteile so ein bisschen auf unserer Seite. Wir kommen zum Startelf-Tipp. Da muss ich jetzt sagen, dass ich jetzt mal die PK nicht drin habe aus Zeitgründen. Also falls da irgendwas richtig Wichtiges noch kommt, müsst ihr es vielleicht in den Kommentaren nachreichen. Oder ihr schreibt es mir in die Kommentare rein. Deswegen könnte sich da vielleicht was verändern, wenn was in der PK kommt. Und was ich jetzt halt noch auf diesem Stand nicht weiß. Weil es gibt ja ein bisschen was abzuhaken. Mangala fällt wohl weiterhin aus. Wird wohl nicht ganz reichen für den Sonntag. Silas, wissen wir ja, fällt 6 bis 8 Monate aus. Das sage ich jetzt glaube ich einmal. Ich glaube, die nächsten Startelf-Tipps brauche ich auch nicht mehr zu erzählen, dass Silas ausfällt. Sonst sage ich das in jedem Vorbericht bis 2022. Und da, nee, das brauchen wir glaube ich nicht. Der muss natürlich erstmal 1 zu 1 ersetzt werden, logisch. Dazu jetzt wieder ein neuerdings González. Also ich glaube, die wollen mich nur noch verarschen, was das angeht bei González. Der hat gefühlt mehr Zeit verletzt verbracht, als er auf dem Platz verbracht hat. Der jetzt auch wieder um die 2, 3 Wochen ausfällt. Ich tippe mal, dass Silas vermutlich, weil es die simpelste Lösung ist, einfach direkt ersetzt wird durch Koulibaly. Wenn González brauchst du gar nicht direkt zu ersetzen, weil da wäre eh die Frage gewesen, rückst du ihn rein für einen Kalajicic? Wie machst du das? Setzt du ihn auf den Flügel für Silas? Das heißt, wir sagen einfach, er wäre für Sascha Kalajic reingekommen und dann bleibt einfach Sascha Kalajic vorne drin. Klare Geschichte. Sie sehen natürlich auch möglich über rechts oder auch in Massimo. Wir haben ein paar Möglichkeiten. Aber die sehe ich alle eher als so ein Jein. Ich tippe da wirklich eher auf Koulibaly. Amala wird, denke ich, wieder Mangala ersetzen. Klar, das Spiel in München war für keinen toll, auch für ihn nicht möglich. Aber mein Gott, also dem Jungen wird er die Chance geben, hundertprozentig. So ist er auch sicherer, dass er dabei ist. Da gab es auch ein paar Probleme. Ich glaube, der spielt recht sicher. Castro wird, denke ich, vorne drin bleiben. Die 2 Zehner sind fast das Interessante zu tippen. Und ich tippe jetzt einfach mal ganz riskant darauf, dass ein Philipp Förster wieder auf der Bank sitzt. Nicht wegen dem Mim, nicht weil es ihm wünsche oder so. Der kickt ja gerade anständig. Aber einfach, weil ich glaube, dass Klimovic vielleicht diesen U21-EM-Auffind mitnimmt. Und der hat ja gerade recht, ja, anständige Leistungen mitgebracht. Vielleicht hat er ja, ne? So ist er sein Aufwind durch Vertragsverlängerung. Und ich habe so ein bisschen im Gefühl, dass ein Klimovic gerade jetzt, wo die anderen ausfallen, vielleicht so ein bisschen seinen Aufwind mitnehmen kann aus U21-EM. Und setze ihn einfach mal direkt in die Startelf. Denk, Einsatzbezug bekommt er selbst. Sonst kommt er halt von der Bank oder so. Aber ich tippe ihn bei mir direkt mal in die Startelf rein, weil ich es mir auch so ein bisschen wünschen würde. Und Kalajcic, ne? Mit seinen drei Kisten aus drei Spielen kommt er auch mit Aufwind aus der Nationalmannschaft raus. Sonst noch interessant zu sehen, was ist mit der Personale Tommy. Die würde mich echt mal interessieren, weil ich meine doch, dass er die ganze Zeit fit war. Letzte Wochen stand er dann trotzdem halt nicht mal im Kader. Sonst wäre er natürlich auch eine Option gewesen für die Flügel, für Steelersersetzen oder so. Aber so ist das halt irgendwie nicht. Und dann haben wir meinen Startelf-Tipp beisammen. Und zum Abschluss natürlich die Prognose. Hier auch gerne eure Prognose in den Kommentaren, ein bisschen detaillierter. Oder eben, wie immer, unter den Community-Tab-Eintrag, wo ihr dann wieder abstimmen dürft. Sieg und schieden Niederlage, euer Tipp. Ja, wird auf jeden Fall interessant zu sehen, wie die Mannschaft diese Ausfälle eben auffängt. Auch wie man als Mannschaft so aus einer Länderspielpause erstmal zurückkommt. Plus aus so einem Spiel, wie in München seine Lehren zieht. Binde aber guter Dinge, weil du kannst wirklich gefühlt recht frei aufspielen so. Man hat quasi ein Klassener als Sicher. Das sehe ich nicht groß in Gefahr. Nach oben in Europa würde es um jeden Punkt gehen. Da bin ich aber ganz ehrlich, mal gucken, wie sich das entwickelt. Ich sehe es da gerade fast nicht, dass wir wirklich noch in die Conference League kommen. Und auch so, du hast zwei, drei dicke Anker in deiner Startelf, die dir ausfallen. Da wäre es dann auch, übertrieben gesagt, nicht schlimm, mal irgendwie zu patzen oder mal im Spiel ein paar Phasen zu haben, wo es nicht so läuft, weil es einfach normal ist. Aber eben da kannst du wieder frei aufstehen und uns einfach auffangen und einfach versuchen, das Beste draus zu machen. Manchmal hat er auch bewiesen, dass er auf Ausfälle reagieren kann, die auffangen kann. Deswegen bin ich ein guter Dinge. Heimspielplan spricht 100 Prozent für uns. Auch die in dieser Saison wird immer besser aktuell, unsere Heimspielleistungen. Wir haben trotzdem immer noch eine schlagkräftige Truppe auf dem Platz, würde ich behaupten. Bremen ist jetzt, wie gesagt, du willst jetzt irgendwie nicht unterschätzen. Das auf gar keinen Fall. Das solltest du mit keinem Gegner machen. Aber es ist jetzt nicht der Übergegner. Spielt es nicht den überragenden Fußball oder so, vor dem du richtig krass Angst haben musst. Bilanz zu Hause, wie gesagt, gegen Bremen auch absolut für uns. Deswegen denke ich mal, dass wir zumindest mal nicht verlieren werden. Und einfach, weil es einfach guttun würde nach der Länderspielpause, mit den Ausfällen, nach so einem Spiel wie München, einfach Erfolgserlebnis. Ich tippe hier wieder auf einen 2-1-Sieg. Ähnlich wie auch in der Hinrunde in Bremen. Auch vom Spielverlauf kann ich es mir fast ähnlich vorstellen. Wir haben auch wieder ein recht zähes Spiel. Und ganz ehrlich, wir haben auch selbst damals in dieser Abstiegssaison 18, 19, haben wir das 2-1 zu Hause irgendwie hingewuppt gegen Bremen. Das war, glaube ich, der erste Sieg damals dann unter Korkut noch in der Hinrunde, wo wir eigentlich auch hätten fast verlieren müssen gegen Bremen. Das war so unverdient wie sonst was. Also gegen Bremen zu Hause gehen, weil das ja wirklich immer irgendwas. Deswegen bin ich ja wirklich recht guter Dinge. Wie gesagt, gerne eure Tipps da lassen. Generell gerne Meinung da lassen. Und dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.